Musik Wir starten. Ein herzliches Willkommen im Namen des USV Eisengraben, der Dorfgemeinschaft. Vielen Dank für euer Kommen, für ihr Kommen. Das Wetter hat mitgespielt. Ich hoffe, es hat niemanden gestört, dass wir es verschoben haben. Am Sonntag war das Wetter nicht so optimal gewesen, dafür haben wir heute an Volltreffer gelandet. Mir als Bürgermeister der Gemeinde Järdorf bleibt eigentlich nur mehr über, dass ich mich bei Gerald Mäuerhofer bedanke für die Organisation. Wirklich, Gerald ist das wieder wunderbar gemacht. Den Leuten, die gekommen sind, bedanke ich mir, dass ich das Kammersatz, dass die Verschiebung nicht ganz böse genommen habe. Aber das Wetter ist heute wirklich einmalig, so wie bestellt. Danke nochmal für's Kämmer, danke beim Gerald und gutes Gelingen. Und bitte nehmt euch zusammen, dass ihr nicht bösewillig die anderen versenkt, die uns mitmachen. Dankeschön und alles Gute. Wir eröffnen das Kurs der Eisengrabener Sautog, einen mitfeuern. Die erste Frage der Jugendkasse. Drogen Nummer 1 gegen Rohn Nummer 19. Die Desperados gegen die Pugis. Auf die Plätze. Fertig. Los. Auf die Plätze. Auf die Plätze. Das ist der erste Ziel in Laune. Das ist der erste Ziel in Laune. Also, wir haben noch eine Schamke. Vorsicht, das ist das versteckt! Auf, steck! Ab, steck! Ab, ab! Bleib gas! Ab, 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 ab! Zieh die Position, du hast das geschafft. Los! Ich bin okay, ich bin ein Foto, ich bin ein Foto, ich bin ein Foto, ich bin ein Foto. Hast du fertig? Ja? Fertig. Achtung, Sätze, fertig, los! 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 Achtung, Achtung, Sätze, fertig, los! 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 Achtung, S MRS. Achtung! 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 Hopp, 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 hopp! Das ist die Zieleinfahrt, weil ihr euch hier vergesst werdet. Gratulation! 2.8.4.15! Platz 2! Jawohl!